Echt? Man hat zwei? Also ich hab's auch einmal benutzt, von der Bornheim. Vielleicht haben sie die Nutzung erhöht. Weil es ist doch einfach nur flach. Ja, aber the rule of two. Hallo. Stop destroying my game. Ja, zwei Stück. Anfauen, direkt. Habe einen. Vorsicht. Du musst mich heilen, ich hole dich. Oh. Links. Wie viele habt ihr? Einen hatte ich eben. Er lag links vom Zaun. Da ist sie. Da ist auch einer. Innerhalb des Zauns. Seh sie nicht. Links ist auch einer. Mach den links fertig. Ja. Ich seh die andere, ich beschäftige die. Links ist einmal gehittet. Am Heuhaufen ist die andere. Warum treffen wir denn da nicht? Jetzt hab ihn. Ich bin tot. Ich glaub du kannst mich da holen. Wir machen die jetzt fertig. Hier wird jetzt keiner geholt. Christoph, ich brauch die Heilung hier. Ja. Wo ist sie? Sind wir noch hinter dem Heuhaufen oder was? Ja. Okay. Hier links. Rechte Seite vom Heuhaufen. Ist links. Ich hab sie einmal getroffen. Ich pushe. Schuss. Nur noch einen Schuss. Nur noch einen Schuss. Sie ist tot. Sie ist tot. Boah. Ich fass mich aber auch wieder. Ich wollte den büt. Das war eine knappe Kiste für mich, muss ich sagen. Aber das war ein guter Battle Reds, Jasper. Ja, immerhin. Krass. Du hast alle Ammo schon weg, ey. Dankeschön. Ja, bei mir auch. Das ist wohl der Nachteil davon, wenn man einen Handcrossball dabei hat.